Der Heilige und der Sünder, 1932 Der Heilige und der Körner in der Körnern ist, dass er den Körnern ist. Der Körnern ist Giollotti. Du kennenzulierst ihn? Ja, das ist einer von den Körnern, die wir in der Körnern haben. Jetzt hat er den Körnern in der Körnern? Ja, wir verletzten ihn. Die Körnern hat er den, denn wir haben ihn ein favorit. Der Körnern war ein Rapist, Buss. Ja? Er war auch ein Körnern, der Körnern ist. Wollen Sie einen Politiker in den Marella? Es gibt keinen besseren Weg als die Familie zu töten. Oh, Christ. Es wird schlimmer. Du hast einen anderen Mann in der Körnern? Ja, aber er war tot, als wir da sind. Du sagst mir, er war der Präsident der Körnern? Two in the head, Pauli. Wenn du einen Job machst, mach es richtig. Er hat es gemacht? Ja. Er hat die Woche in St. Mary's, aber er wurde durchgeführt. Kann er ein Finger an beide? Ich weiß nicht. Vielleicht. Okay. Look. Wir werden zwei Zähne mit einem Blast töten töten. Gelatt ist heute in St. Michael's. Sam? Du gehst auf. Sit in der dritte und versuchen, den Glück zu sehen. Wie will ich ihn erinnern? Er wird derjenige, der gerade aus dem Motorrad zu entfernen. Seine Arm ist verletzt. Schau mal eine Schlange. Sam wird ein bisschen Entschuldigung, wenn er sich verletzt auf deine Körnern ist. Er ist er, wenn er Zeit für die Wäcke ist? Es ist ein Brothel? A Gentleman's Club, von St. Michael's. Madonna's investiert viel Geld in es über die Jahre. So, me und Sam. Regardless, der Herr hat plötzlich entschieden, zu machen mit Morello, statt uns. Du willst du ihn erzählen? Ja. Dann blow die place up. Was? Was? If Morello wants to take businesses away from us, he'll inherit craters. Look, Tom. We can't send Pauli and Sam since all the ladies know them already. They'd never make it through the front door. But you can walk right in. Okay. What about the manager? Take care of him wherever you find him. If any of the horse see it, well, it'll be a warning. Once he's out of the way, head to his office on the top floor. Grab any documents and money you find there, and place the explosives. Vincenzo will see that you have what you need. And you think the blast will be big enough to give me cover? Yeah. But be smart. Only take a shot if you know you won't get me. Tommy, one more thing. One of the girls is passing Morello information about our operations. Before you blow the place, you'll need to take care of her, too. You want Tommy to kill a twist? Come on, Frank. It's just bad luck this falls to Tom. But we gotta protect the family. Her name is Michelle. She's usually working in one of the upper rooms. Her photo is in the folder. You boys clear on everything? Yeah. Tom. I got it, boss. Then get it done. Come on, let's go. I got it, boss. Then get it done. Come on, let's go. I got it. Let me put it in the market for something that goes boom. Bro. kann ich gut gebrauchen sonst noch was die waffe finde ich eigentlich schon besser als der revolver was irgendwas von 29 jahren natürlich muss ich fahren ist klar mich nicht mehr ja i've been with her a few times she's a good egg tom just maybe not so bright she doesn't deserve to get plugged just cuz she likes listening to me talk you think she'll leave town when she understands what'll happen otherwise yeah she'll leave here's a hundred give it to her make sure she gets far away okay sir i'll see what i can do it's all i'm asking let's go gut hört sich schon ein bisschen besser an einfach sie aus der stadt verjagen michelle she's the one from the racetrack right tom that was the last time we're ever going to talk about her ever i told you what i had to ask and you listen gotta leave it there okay keep your head when you get into the hotel find your mark and don't act suspicious the manager thinks he's untouchable you probably walk right up to anything else i should know man just don't take all day gladi died young said i can't be much to say about the bomb goes off i'll do my thing got it gut what kind of world is it and when you screw up you get sent to a cat house well i have to clean up your mess at a funeral you see the justice in that i see a job i got it though such a professional just try to finish a job this time huh haja schon gut eigentlich schon ja ich wollte gerade sagen ich werde es versuchen mein shop hier da duf zum glück kann man die schmieren Das ist ein Raubritter. Sorry für das. Weiter geht's. You're not the religious type. It's the funerals, Tom. That's all it ever is. All that anyone ever wants to do is point guns at the family and shoot. Can't point there were so many funerals, I just stopped going to most of them. They're all boring as hell. That's a shame. Seeing as you're always dressed for the occasion. Great gag, Tom. Write that one down. Thanks. I'll do that. Sieht schon nice aus, das Spiel. Hat 2K und Hunger Games, äh Hunger 13 echt gut gemacht. Ich denke mal, das wird jetzt sicherlich wieder nicht so glatt laufen wie geplant. Aber wir schaffen das schon. Irgendwie. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich glaube, wir sind ja gleich hier. Hier ist dein Schritt. Ich gebe dir die Familie Ihre Kondolences. Good luck. Yuto. Irgendwie habe ich glaube, was vorhin im Gespräch verpasst. Wer ist gestorben? Na gut, äh, äh, I don't know. Muss ich mir wahrscheinlich nochmals anschauen, irgendwie. Ist das bloß nicht voran? Kann auch sein. Keine Ahnung. Okay, ja, das ist gut. Ich komme gleich. Ich möchte mich hier noch ein bisschen umschauen. Ah, fine. Du hast keine Regeln, Dottie. Stuff. Main Lobby Kitchen. WC. Lounge. Restaurant. Bar. Employees only. Ich kann mich nicht mehr helfen. Ich muss mit dem Manager sprechen. Du hast unsere neuen Freundschaften. Er ist in der Lounge. Ich bin nach dem Bar. Ich kann mich nicht mehr. Er ist noch etwas? Da ist Michelle in heute. Ich kann mich проверchen. Na, und? Okay, danke für die Info. Sonst gibt's hier aber nix gerade. Oh. Entschuldige für die Störung. Ich lass dich mal in Ruhe. Guten Tag, guten Tag. Oh, wie ich sie mag. Zeig sie. Hier gibt's ein paar Sachen, die ich machen kann. Oh. 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 Oh, wo geht's jetzt die andere hin? Stand doch gerade noch jemand hier? War das sie? Ich muss mich mit Michelle sprechen. Die einzige Mädchen, die Sie sehen, sind die Mädchen, die Sie sehen können. Findet eine, die Sie lieben, und nicht schlafen. Naja. Warum nicht du mir einen Drink? Weil du bist nicht die Dame, die ich nachher bin. Du weißt, Michelle? Ich bin neu hier, Baby. Ich weiß nicht was. Du mir einen Drink? Wir können nur reden, wenn du nichts anderes willst. Wir können alles machen, was du willst. Was ist ein wunderschönes Mann, wie du, in einem Ort wie dieser? Schauen Sie eine Mädchen namens Michelle. Sie ist unterwegs unterwegs, aber ich bin frei. Schöne, ich bin nicht hier für Fragen. Schöne. Schöne. Schöne, Schöne, ohne dich, wie kann ich die Geld? Ich kann sagen, du bist nervös. Aber ich kann dich durchführen, was wir müssen. Hey, ich schaue Michelle. Nichts? Ja, sie ist der populärer. Schöne dich mit einem Mann zur Rezeption. Du musst dich für Michelle kommen. Ist etwas auf deinem Gehirn? Ein Drink, während du dich in die Beine gehst. Ein schwieriger Wahl, oder? Ein dritterer, während du dich in die Beine gehst. Gut, dann hat nicht. Wieso kann ich den mit B? Ein solches Glück, gibt es bei mir. Die Freundschaft zwischen der Corleone-Hotel und der Morello-Familie. Geht und schwach. Das ist immer wichtig. So liegt, Leute. Stepp, steppig. Hier irgendwo hinein, wo ich nichts will. Okay. Was ist unser Ziel? Ich muss die Tür schliessen. Oh. Hinterlasse eine Nachricht im Don. Finde Michel, den Manager in der Lounge. Das ist hier wohl. Der Manager. Das ist hier. 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 Das ist hier.